feine lotte feine lotte ja was hat sie da gefunden 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 ja super fein fein so ist fein ja wir sind angekommen ich musste einmal noch neu ansetzen aber dann ging es nur strax also sehr schnell ich denke wir können jetzt rüber gehen in die verleitung also wir haben jetzt etwas über 500 meter gehabt rein mit dem pferdenschuh getreten ohne schweiß am anschuss ohne schweiß mittendrin ein verweiser punkt habe ich gemacht den hat sie auch intensiv angenommen wie gesagt da konnte ich jetzt dann aber nicht mehr filmen ja auf der einen video sequenz seht ihr dann ja auch dass sie da ziemlich schnell ist und so ging es auch die ganze zeit ich habe mir zwar die kreidestriche gemacht ich konnte aber nicht immer gucken ich dachte es geht darum und dann hat der hund aber gedreht ist dadurch gegangen also wie es sein sollte sie war richtig drauf also ja habe mich jetzt gewundert war die erste fährten schuharbeit also bin ich sehr sehr zufrieden die schweiß fährten hat es ja schon gut gemacht aber das hier das war jetzt echt noch mal top klar die stehzeit war nicht lange etwas über eine stunde jetzt aber wie gesagt super gemacht aber ich muss jetzt anfangen also auf der fährte ist sie sicher das merkt man sie ist ihnen nur zu schnell da müssen wir jetzt ein bisschen im tempo dann bremsen ok dann dankeschön und bis zum nächsten video beziehungsweise bis zur nächsten arbeit unserer lotte